hallo leute herzlich willkommen wieder meine nächste folge von minecraft days wir sind in unserer häuser haben wir ein bisschen letzte folge gedacht das wird eine mine voller monster spawn aber leider dass man nicht ja und ich will sich heute ein bisschen also erbauen und dinge wie soll ich habe was vor wenn wir ein zaun für kühe bauen weil später bauen die ja weil das werde zeitraum wir müssen noch was finden ganz wichtig ist aber der sache was ich will jetzt finden es gibt verdammt schnell zu finden erst die kühe müssen züchten und so weiter danach killen er sollte das muss ich hier aber ist muss man bekommen wir dafür essen momentan unser essen ist ziemlich knapp und dazu brauchen wir weizen zu züchten also deswegen will ich auch weizen erweitern so kohle muss ich weiter sonst ist scheiße auch so ich glaube ich werde erst mal heute zu erweitern ist momentan nicht möglich aber zauern kann ich schon machen ja zauern kann ich schon machen wie man herum sagt ganz oben noch ein stück höher zauern will ich machen aber ich will ich sehr sehr viel erweitern das was wir haben jetzt bekommen das ist echt ein bisschen wenig so man muss mir erinnern wie war den zauern zu bauen so diese eisen zauern will es so und so genau das ist unser zauern zack zack und dann zack haben wir 33 stück machen wir von dieser einen weg diese zwei weg haben wir wie viel 29 kommen lassen wir erst mal 29 ich überlege mir gerade wo sollen wir das bauen weil erst mal so ein größe zauern ist ja ist okay sage ich so aber also ging es zurück noch mal aber ich will mehr erweitern und leine werde nicht schlecht zu machen erz genau stein aber eigentlich brauche ich kein stein konnte ich das geben eisen bekommst ja gut hier haben wir eisen bekommen kohle machen t2 ok das mag ich hier rein da ob sie noch gold hier und das haben wir sein und haben ja schon voll ich mag hier ich hier werde noch haben sie sagen für not weil wir die kohle noch drin wenn ich irgendwo für panel ich will da ungefähr glaube ich drei sticks kohle drauf machen so stein genau bruchstein stein ok eigentlich sollte ich hier sein so da da mache ich auch hier rein ich hier ein bruchstein gut da haben wir schon redstone das machen wir so und so und so bei eisen wir werden sehr oft 100 prozenten kohle nichts mehr holz kommen machen wir holz rein schon die als nächstes haben wir mäßiges nein auf der clown nix so kies hat heute hatten wir jetzt kommt diese das muss man sein das muss man sein so gut ich frage einfach zu viel sollte ich es halbe tag schon vorbei und ich habe nichts noch heute gescheitert gemacht also erstmal man ja holz abbauen holz abbauen weil wir müssen wir ein unsere weizen farm noch weiter ich hatte so springen gut dass wir müssen wir brauchen hier nicht an theoretisch momentan brauchen wir keine so und da haben wir schon gut wie weit wollen wir ich will unbedingt bis ja bis hier machen das werde gut wird oder sie sollte uns erreichen bis hierhin also danach brauchen wir kommt wenig schon an ich bin es schon bis hier haben also zack 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 so nee hier ein stück hier weil klar grund weil monst wegen monster mache ich bis hier eigentlich wollte bis hier weil ich hier wenn kommen die monster kommen ab und sehr ja diese die ding ding ich habe vergessen wie das heißt auf unseren farm und das will ich nicht so vielleicht bin gut läuft diese strecke erreicht uns für weißen bearbeiten aber da bin ich noch nicht ganz toll sicher das muss ja noch abbauen wenn ich dann wir erweitern ist aber momentan erreicht uns das vollkommen ich glaube macht nicht anders so zack 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 will ich züchten sehr viel sogar ich habe schon neun meine güte hier so das war das was neun ist scheiße mit spitze gelieber werde stein muss man jetzt schnell abbauen das was hier ist ein bisschen ist kurz so dass das überlegen vielleicht ich werde das noch erweitern so brauche noch ein bisschen erde ok die schaufel ist kaputt ist es nicht so gut so tolle weil ich brauche jetzt haben wir hoffen werden bekommen jetzt es wird wann gleich wieder nacht und gehen wir kurzen wahrscheinlich oder oder doch oder nicht ich glaube ich wollte man kurze erfolge heute irgendwie ganz ein bisschen kein bock auf den minern gehen ich würde lieber raus und wenn wir zu viel zombies oder sowas dann gehe ich sofort drin und gehe sofort schlafen aber momentan ist noch gut ich muss schnell das ab weil ich brauche erde kein stein wenn ich will kühe haben das brauche ich auch manchmal ewig ich habe mir überlegt effizient wofür braucht man entdecken ich habe es habe weiß ich bin höher effizient ist desto schneller abbauen kann man und meine leute meine kurzen haben mir gesagt ey du wirst du kann man nie so mal so aber kann man noch schneller aber wenn man verzaubert sich wenn es zauber sich ich kann mich selber verzaubern ja klar wenn man diese geschenke verzaubert aber wie ich weiß kann man nur diamantsacken verzaubern und so weiter so das haben wir was haben wir so ein fläche sollte erreichen wir ja momentan auch ich mache wahrscheinlich bis warte wenn ich will noch dass er war ach scheiße erweitern um 2 bis hier da ich muss mir überlegen wie weit will ich noch machen also ich mache um diese zwei bis hierhin zwei gab es sollte reichen 1 1 2 3 4 4 hier dann so bis hier den weg will ich und da er kommt hier schauen wir mal einfach breite und so weiter aber heute ich wahrscheinlich mache ich noch den zum versuch zu machen nehme ich noch holz und wenn es mich zauber ist holz holz erde erz kohle holz genau hier haben wir holz das brauchen wir noch aber später brauchen wir sowieso viel saum so dass man hinein dass eine ist klar man komplett so dass wir das so machen so ok zwei stück ist was ich fertig machen so eigentlich das sowieso ein bisschen vielleicht übertrieben so klingt schon nicht schlecht das ist auch nicht schlecht aber problem ist jetzt momentan es zack 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 1 2 3 4 2 so haben wir so sehr gut sehr schön und aber haufen stick ist scheiße habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben weißen körner haben wir auch neun gut schön und gut aber ich glaube mal ich bin schon weg vom mikro gegangen eigentlich nicht das lasse ich das lasse ich hier habe ich noch ein stick ist super ich habe ich mir gemacht konnte mehr moment ich kann noch die türe brauche ich noch genau die türe brauche ich noch die die falsche das hier und hier und hier und hier und hier perfekt und hier und hier und haben ja türe das was wir brauchen dann schaue ich mir kurz wie sieht lager von oben aus das ist das ist das ist ein zombie oh endermann die grünen sind entwand nee zwei creeper und da sind zwei zombies zombies sind keine problem aber zwei creeper ich habe keinen bock schon wieder etwas alles bauen und so weiter deswegen machen wir so gehen wir heute wir gehen heute schlafen und das was für diese folge leider heute wird eine kürzere folge und wir sehen uns uns nächstes mal bis nächstes tschüss das ist